Mein Name ist Oliver Heggi, ich bin Profikonsturner und jetzt gibt es InsideZell. Mit meinem Körper können das leisten, dass sie vielleicht nicht arbeiten und einfach das Beste aus mir selber rauszuholen. WM. Team Ausland. Die Olympischen Spiele. Hat ich bisher noch keine? Von Heim und Shimura. Wenn ich selber Videos von mir als Durm ansehe. Im Kopf selber die Übung durchgehen und auf die Dinge schauen, die ich während der Übung machen muss. Protein-Riegel. Sönerle am Pool liegen. Weltreise, in jedem Fall. Sie sind ästhetischer als Männer. Mit. Es sind alle wichtig. Ich war wahrscheinlich in Glasgow am Reck. Wahrscheinlich bei den Jugend-Olympiaden 2010. Ich habe einfach sehr schlechter Wund. Obwohl ich es manchmal nicht so gut kann, ruhig bleiben oder brau bleiben. Ich denke, meine Halli-Auffassungsball. Mangel und die Geduld manchmal. Zwischen 4 und 6. Aus-Tour-Training. Wenn du noch mehr wirst über die anderen Athleten von SEM Group, dann folgt SEM Group. Das ist ja klar, Frau. Es steht, dass du noch nicht so gut und da seid. Ich gehe die D South-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour.